Als kleines Kind bin ich natürlich im Garten immer, wenn ein Flieger drüber geflogen ist, dann nachgerannt und nachgelaufen und habe dann immer den Himmel beobachtet. Der erste Moment, das vergisst glaube ich kein Pilot. Das ist ein unvergessliches Erlebnis, ja. Das Verbindung als Freiheit, doch ein bisschen die Technik, die Motoren, die Natur, das Panorama in der Luft. Die Gemeinschaft ist natürlich das A und O, weil alleine ist man nichts. Ich bin Robert Uewacker, komme aus Österreich und bin mittlerweile schon über 70 verschiedene Kleinflugzeuge geflogen. Drei Nachrichten Es ist kein